Die Drohne, ein ferngelenktes Miniaturflugzeug. Der Modellmotor wird angeworfen, beim Start hilft eine Zusatzrakete und dann wird dieser Roboter ohne jedes Risiko für Menschenleben über die feindlichen Linien geschickt. In seinem Rumpf trägt er eine Hochleistungskamera, die klare Aufklärungsergebnisse mit nach Hause bringt. Die komplizierte Landung im Gelände haben sich die Techniker einfach gemacht. Sie haben sie bei den Fallschirmjägern abgeguckt.